Prävention ist das Wichtigste überhaupt, weil wenn ein Jugendlicher Problembewusstsein hat, nicht mit Drogen in Berührung kommen möchte, dann ist es das Wichtigste, was wir zum Schutz unserer Jugendlichen tun können. Das ist eine Aktion, die plakativ deutlich macht, wenn man einfach zu viel Alkohol zu sich nimmt, dass man sich wirklich zum Affen macht oft und nicht mehr die Kontrolle hat auch über das, was man tut und dass man auch ein Stück drüber nachdenkt. Ja, trinke ich vielleicht jetzt noch eins oder nicht und trinke ich auch mal an einem Abend keinen Alkohol oder überhaupt weniger Alkohol. Das ist, glaube ich, eine gute Aktion, um deutlich zu machen, naja, zu viel ist einfach oft zu viel. Ja, ich bin Abgeordneter vom Land. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich überhaupt zu den Stadtgesprächen hinzu darf, aber Spaß beiseite. Es ist eine super Geschichte, Stadtgespräche, ja, einfach ein Gespräch zu führen über Dinge, die die Stadt, die Region bewegt, die jungen Leute bewegen. Das finde ich ein gutes Format, um einfach auf die Themen des Kreisjugendrings auch aufmerksam zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.